ja hallo herzlich willkommen bei heiz dem video auf heinz schmitz.org wir haben familienzuwachs bekommen und zwar hier so ein 10 zoll tablett das ist hier so ein trackstore prime tab p10 sein 10 zoll tablett es gab auch noch andere zur auswahl die sollten nicht so teuer sein sollten zehn zoll und ein paar technische sachen haben ein arcos wäre das andere gewesen das war aber gerade nicht lieferbar also ist hier dass das trackstore geworden und zwar wollte ich eins haben das paar kleine bedingungen erfüllt das hat weniger mit dem betriebssystem sowas zu tun also android ist es und wenn man von oben guckt guck mal hier zwei zwei stecker die wichtig sind der hat einen hdmi stecker das war mir ganz wichtig damit ich ihn direkt ans fernsehen anschließen kann beziehungsweise unseren monitor und er hat ein usb der auch otg also usb on the go aktives usb oder master mode hat so dass man ihn auch als als chef dass man auch externe geräte an speicher geräte anschließen kann dass er nicht nur er speicher ist sondern auch chef spielen können und wie gesagt er hat hdmi ich habe hier einen kleinen hdmi stecker da muss man einen mikro adapter für haben der geht hier zu dem schalter den ich hier habe das ist wirklich ein manueller umschalter und wenn ich den hdmi aktiviere bei display dann kann man ihn aktivieren und kann eventuell noch eine videoauflösung einstellen ich habe jetzt hier 1080p 50 hertz eingestellt und irgendwann müsste jetzt auch der monitor kommen sie können sehen jetzt kann man hier alles deutlich sehen und wenn ich jetzt hier raus gehe sieht man natürlich auch den bildschirminhalt egal was ich mache es wird einfach übertragen das ist für hier wenn ich aufnehmen wenn ich produziere ist es wunderschön das hatte ich bis jetzt nicht das alte tablett ein lenovo yoga tab irgendwas hatte diese möglichkeit nicht und das habe ich jetzt auch dann auch ich habe es auch etwas preiswerter versucht zu finden oder habe versucht ein preiswertes tablett zu nehmen denn wir haben ja hier keinen richtigen etat ich zahle das ja alles aus meinen mitteln und wenn wir geräte vorstellen zum beispiel die also von herstellern teilweise von großen herstellern kommen die auch teilweise recht teuer sind dann kriegen kriege ich die denn einfach kostenlos zur verfügung gestellt also sie schicken mir die wenn die gut sind produziere ich gerne ein video drüber manche gehen dann einfach wieder so in die kiste zurück und werden zum hersteller zurückgeschickt denn ich will ja keine negativ vorstellung machen dafür ist die zeit auch zu schade also das war jetzt hier mal wieder eine investition die ich getätigt habe ja und mit denen können wir jetzt eben dann ein wenig rumspielen denn das kann noch mehr das kann also jetzt nicht nur dieses hdmi was also für mich sehr wichtig war ein ko kriterium gewesen ist denn auch viele etwas teurer tablets haben das einfach nicht aber das eben hatte das dann gibt es noch eine andere sache die man hiermit schön machen kann die möchte ich ihnen auch zeigen und zwar gibt es diese kleinen dongle hier sowas wir haben ja irgendwann mal gesprochen über die air teams das sind diese kleinen dongle die man in den fernseher oder sowohl einsteig sonst wo einstecken kann um im professionellen bereich dignity oder auf projektion oder auf ganz viele sachen etwas zu verteilen das hier sind miracast dongle die sehen dann so aus ich habe hier zwei verschiedene mal besorgt die liegen so um zwischen 30 und 40 euro glaube ich hier steht bha drauf der ist montofu nachher und der heißt mirafu der hier hat denn hier unten ein usb stecker da liegt ein kabel bei das ist einmal die stromversorgung und hier ist noch eine wlan antenne dran denn das ganze spielt sich jetzt über wlan habe ich stecke den hier jetzt einfach mal in meinen switch ein dafür muss ich den stecker finden ich hatte glück natürlich sehen sie jetzt nichts der bildschirm ist erstmal schwarz denn ich muss das teil hier mit stromversorgung dafür habe ich hier so einen kleinen usb hab stehen den ich als netzteil missbrauchen der liefert genug um die zu versorgen das dauert jetzt eine zeit lang und wenn wir auf dem bildschirm den start schirm dieses dongles sehen also dieses mond der heißt miram mirafu oder sowas miras green heißt er den sehen wir jetzt hier während des bootvorgangs diese dongle sind dazu da um bildschirminhalte oder shows zu streamen das wollte ich ihnen jetzt mal zeigen ich habe also hier einmal die möglichkeit mit dem usb kabel das neue tablet zu betreiben oder wenn ich das usb sage schon hdmi kabel oder wenn ich das nicht habe kann ich das auch drahtlos machen und zwar über miracast dazu muss ich an dem rechner die aktive die bildschirmübertragung aktivieren so müssen wir die einstellungen machen und zwar muss ich das erst aktivieren und jetzt macht er eins er schaltet das hdmi ab das macht er nicht und hier sehen sie jetzt zwei eintragungen das erste ist der mirar screen d4 d4 irgendwas mit dem kann ich jetzt eine herrscht eine verbindung herstellen und damit wird dann auch dieser bildschirm per wlan auf den monitor übertragen normalerweise kann man diese dongle auch hinten ins fernsehen einstecken das usb nimmt man denn für die spannungsversorgung und sehen hier haben wir jetzt schon den bildschirm und wenn ich jetzt hier zum beispiel den browser aufmache mit der heinz schmitz.org webseite der wichtigsten webseite überhaupt dann geht das um es gehen auch in dem fall kann man auch sogar videos laufen lassen allerdings sind die dann dort lippen synchron auf dem großen monitor auf dem kleinen sender kann es sein dass die denn schon mal nebeneinander her laufen sehen hier läuft jetzt auch ein ein video und das wird jetzt mehrfach über wlan übertragen der bei miracast sind alle geräte also der dongle und das tablet ins hausnetz verbunden das heißt er hat jetzt hier auch eine verbindung zu dem wlan netz dem hiz netz 2,4 das ist unser produktionsnetz hier dass wir das nur dann angestellt werden auch die kameras laufen und ist sonst aus damit die sachen die ich dann hier schon mal erzähle oder zeige damit die nicht allgemein bekannt werden und ich habe jetzt hier also meine bildschirmübertragung so können wir jetzt wieder ausmachen und ich kann natürlich auch das mit dem anderen machen der ist an sich von der funktion her fast identisch ich schließe den mal an der hat also hier kein kabel dran kein hdmi kabel dran sondern hier ist ein stecker den muss man einführen und dann kriegt er noch hier eine usb spannungsversorgung genau wie der andere auch die könnte man also auch ins fernsehgerät einstecken wenn sie ein smart tv haben hat bei mir funktioniert wenn ich jetzt umschalte auf den wird auch hier der startbildschirm gleich kommen ich mache jetzt erst mal eins ich werde jetzt hier den mal das tablet mal trennen von dem mirascreen so damit wären jetzt keine übertragen mehr da und sie sehen hier das ist jetzt der motto für die tat und wie immer er heißt der steht jetzt auf airplay dna denn es gibt ja nicht nur miracars oder chrome cars zur verbreitung sondern sie haben apple airplay ios monitor mirroring also das was sie auf den apple geräten haben wollen sie machen das wäre e play airplay oder dna das heißt digital live network allianz das ist ein standard der kommt schon aus dem jahr 2003 also es sind keine neuen sachen auch miracars gibt seit 2012 2013 sowas aber wir wollen ja miracars machen ich muss also jetzt hier einmal drücken auf den knopf in der mitte und dann sagt miracars und gesagt ich warte jetzt für auf verbindungen er hat sich jetzt ich habe das vorher eingestellt er ist immer noch im hausnetz drin auf der einen seite und auf der anderen seite muss ich jetzt hier eine verbindung zwischen dem dommel hier und dem endgerät das jetzt hier in dem falle mein tablet herstellen das geht genauso wie soeben ich sage hier ich möchte übertragen und da fragt er mich wo möchtest du hin übertragen das dauert jetzt einen moment dann sagt er hier der montofu 9b irgendwas ist bereit ich kann die verbindung herstellen und habe dann die gleiche situation wie zuvor ich habe also dann den bildschirminhalt meines tabletts gespiegelt auf den auf den großen monitor oder auf das fernsehgerät oder wo immer sie einen hdmi eingang haben und eine usb stromversorgung anliefern können also wenn ich jetzt hier wie schon gehabt wieder meinen browser aufmacher wird natürlich auch hier gespiegelt das ist alles gleich also die beiden dongels sind im prinzip von der funktionalität her gleich was auch geht ich trenne jetzt den mal wieder denn man kann es nicht nur vom android oder von apple her mal von von ios her machen oder mac us machen sondern kann es aus windows machen ich habe hier meinen windows rechner das ist windows 10 und auch der kennt windows kennt seit 8 1 bildschirmübertragung gradlose bildschirmübertragung ich muss das nur verbinden er zeigt mir jetzt hier meine geräte die da sind an es sind jetzt hier beide dongle drin der mirascreen und der montofu weil ja beide noch aktiv sind aber ich will mich hier mit dem den wir gerade sehen verbinden muss den an wenn an wählen und irgendwann wird denn jetzt hier das testbild von denen ersetzt durch den bildschirminhalt den ich hier habe beziehungsweise was sie hier sehen ist jetzt eine betriebsart mit einem zweiten monitor also wenn ich jetzt hier den browser aufmache und ziehe den ich glaube nach oben habe ich den gesetzt hupfus meine maus ein cursor ich glaube ich muss runter gehen irgendwo jetzt tankte mich ich komme im moment nicht daran schauen wir mal da ist er so ich kann den jetzt nehmen und nach oben ziehen sehen hier erscheint jetzt der browser auf der anderen seite kann ich ihn auch umschalten auf anzeigeneinstellungen das kennen sie ja von windows her auf dem laptop bildschirm kann man das sehen und sagt jetzt hier ich möchte keine doppelbildschirme haben der ist jetzt auf 13 66 auflösung des monitors des laptops und 1920 für den externen monitor ich kann aber auch sagen diese anzeige duplizieren dann wird der hier umgeschaltet und ich habe jetzt den gleichen inhalt auf dem großen bildschirm wie auf dem laptop bildschirm auch hier geht natürlich video übertragen das läuft alles genauso gut wie es eben von dem tablett lief das ist die möglichkeit von in dem fall habe ich ja immer windows hier ich bin ja ein windows freak wie man mir immer böse weise nach sagt das geht also problemlos aus windows raus dieses miracast ist wie gesagt ein offener standard von 2012 und ist an sich in 10 gerufen worden gegen die proprietären standards von apple also das airplay oder von wie die oder die wireless display von intel und ist ein weitgehend offener standard und wird von vielen herstellern mittlerweile unterstützt was mache ich aber jetzt wenn mein gerät kein miracast oder sonst etwas unterstützt ich trenne jetzt hier mal die verbindung zum pc so trennen und sehe jetzt hier wieder den testbildschirm mein smartphone zum beispiel das lg irgendwas hat kein hat nicht vorgesehen miracast sondern das hat weder hdmi noch sonst was hiermit komme ich sonst normalerweise nicht an einen anderen wenn ein anderes endgerät ran außer ich nehme eine kleine ab allerdings dafür muss ich den umschalten auf dlna denn es gibt im play store gibt es apps für die übertragung von android inhalten auf ein dlna display dazu muss ich allerdings etwas anderes noch machen sehen hier das dongle das hier in der mitte ist ist mit dem hausnetz verbunden aber ich muss jetzt noch den mein endgerät also in dem falle mein smartphone mit dem hier mit dem montofu verbinden denn der arbeitet jetzt in dem falle als wlan hotspot ich mache das hier mal bei wifi also der ist jetzt noch verbunden mit dem hiz netz 2,4 ich sage montofu verbinden und jetzt sind die beiden gekoppelt man kann es auch hier sehen an dieser grünen kette und wenn ich jetzt jetzt wird nicht der bildschirm übertragen das geht hierbei leider nicht aber ich kann zum beispiel meine bilder übertragen lassen aber mal schauen ob ich das hinkriege jetzt geht er wieder nicht ich mache hier wieder irgendwas falsch das muss da müssen wir mal schauen und entschuldigung ich bin vollkommen durcheinander es gibt die app all screen heißt die eine von den apps die es gibt es gibt dort tcl screen und wie die heißen da gibt es wie gesagt mehrere und diese app stellt eine verbindung jetzt über dlna her wenn ich jetzt meine bilder aufrufe fragt er mich auf dem handy wo möchte ich hin über normales dlna oder über apple über airplay ich sage hier normal normales dlna stellen meine verbindung her und versuche mal ein bild darüber zu haben und sie sehen das was die bilder galerie die ich hier habe wo die bilder die hier habe kann ich denn per dlna auf den fernseher übertragen obwohl dieses smartphone kein miracast und nichts vorgesehen hat nimmt die aber ermöglicht die app über wlan die bilder zu übertragen hier habe ich noch einen wunderschönen sonnenuntergang das ist irgendwo auf mallorca das ist dragonera die insel und somit kann ich auch ein älteres handy das also älter ein neueres betriebssystem hat als android 4.2 in die drahtlose welt bringen so jetzt habe ich ihnen ein bisschen erzählt über meinen ganzen stolz mein neues tablett wir haben uns mal angesehen wie drahtlos übertragen ist wie gesagt das ist an sich nichts neues seit 2012 ist es da und das ist die private version die preiswerte version zu dem was ertame zum beispiel macht das wesentlich andere features noch hat als hier einfach nur mit der bildschirmübertragung oder hier mit der diashow übertragung von dlna beziehungsweise von miracast das war das was ich ihnen heute erzählen wollte mit diesem wunderschönen sonnenuntergang möchte ich mich von ihnen verabschieden schönen dank dass sie dabei bei ihnen dabei waren und auf wiedersehen bald hier auf eins schmitz dort org